Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Hallo, ich bin der Tolga, spiele beim SC Kaltscheuren. Hallo, ich bin der Halil, ich spiele auch für den SC Kaltscheuren. Wir tippen jetzt den 17. Spieltag, also der erste Spieltag in der Rückrunde. Der Kreisliga B3, Rhein-Erft. Lies mal vor, was ist das Spiel? Wir fangen mit Wesseling-Urfeld 2 gegen Horem. Was tippst du, Tolga? Ich würde mal ein 3 zu 0 für Horem tippen. Ich würde, glaube ich, tatsächlich 1 zu 2 tippen. Weil Wesseling hat sich verstärkt. Und Horem habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Gehen wir zum nächsten Spiel. Aktama gegen Gekestöö 2. Aktama wird das Heim 2 zu 1 schaukeln, sage ich. Ich sage, da kommt ein Unentschieden 2 zu 2. Das nächste Spiel ist dann Berzdorf 2 gegen Fischernich. Was sagst du da? Da sage ich, das wird, glaube ich, ein Auswärtssieg für Fischernich. Ich sage mal 2 zu 1. Ja, da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Ich denke, Berzdorf macht das 2 zu 0. Nächstes Spiel, Frechen 20-2 gegen Rheinsüd 3. Da bin ich mit einem Unentschieden zufrieden, denke ich. 1 zu 1. Ich glaube auch, da wird ein Unentschieden rauskommen. Ich sage auch 1 zu 1. Das nächste Spiel ist dann Gurdorf gegen Weiden 2. Da sage ich, es wird ein Heimsieg für Gurdorf. Ich sage mal 2 zu 1. Ich sage mal, richtiges Überspiel 3 zu 3. Nächstes Spiel Schwardorf, Bahrdorf, Pinkstorf. Da denke ich, die gehen auch mit Punktverlusten beide. Unentschieden 1 zu 1. Ich sage, Auswärtssieg für Bahrdorf. Also Bahrdorf. 2 zu 3 wird ein torreiches Spiel sein. Ja, dann kommen wir zu dem letzten Spiel, ne? Das letzte Spiel ist dann Brauweiler 2 gegen SC Kalscheuren. Da wollen wir gar nicht reden, ne? Ein bisschen Ergebnisse darüber gehen. Ich sage mal, Auswärts bei Brauweiler nicht leicht. Ich sage mal, ein knappes 1 zu 0 für uns. Ja, ich sage, da wird ein 2 zu 1 Sieg für uns. Hoffentlich zumindest. Ja, das waren unsere Tipps für den 17. Spieltag der Kreisliga B3. Genau, wir wünschen allen Mannschaften alles Gute für die Rückrunde. Und einen schönen Abend. Guten Start, ne? Danke. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.